Verdammt, es ist mal wieder soweit. Das Jahr geht zu Ende und mancher Traum wird weiter geträumt. Er ist immer noch nicht Realität geworden. Folge 42. Hast du Ziele oder Träume? Work and Travel 2.0 Der Weltreise-Podcast, der dich vom Reisen träumen lässt. Der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke. In dem Buch What They Don't Teach You in the Harvard Business School schreibt Mark McCormick über eine Untersuchung, die 1979 unter Studenten des MBA-Programms in Harvard durchgeführt wurde. Die Studie erfolgte über einen Zeitraum von 10 Jahren. Die Zusammenfassung ist sehr aufschlussreich. Es wurde beobachtet, dass 83% der Abgänger keine konkrete Zielsetzung für ihre Karriere hatten. 14% der Absolventen hatten klare Zielsetzungen für ihre Karriere, hatten diese jedoch nicht schriftlich festgelegt. Diese 14% der Absolventen verdienten 10 Jahre nach ihrem Abschluss im Schnitt das Dreifache der Absolventen aus der ersten Gruppe, die keine festen Ziele hatten. Lediglich 3% der Absolventen hatten klare Zielsetzungen für ihre Karriere und hatten diese auch schriftlich fixiert. Diese 3% verdienten im Schnitt das Zehnfache der Absolventen aus Gruppe 1 ohne feste Ziele. Planst du deine Ziele? Ohne einen niedergeschriebenen Plan kommt man nicht zum Ziel, egal ob es sich um materielle Werte zu erreichen oder um eine Weltreise handelt. Dabei geht die beste Planung von einem Endziel aus, also von deinem Traum. Da du Hörer von WorkandTravel20.de bist, gehe ich davon aus, dass zumindest ein möglicher Traum von dir eine Weltreise ist. Ich trage den Weltreise-Virus schon lange mit mir rum. Aber die letzten Jahrzehnte war es immer nur ein Traum und ich kam ihm keinen Millimeter näher. Bis 2015, als er wieder aufflammte. Infolgedessen kam mir auch der Begriff WorkandTravel20 in den Sinn. Durch mein Online-Schaffen, das ortsunabhängig ist und meine Liebe zum Reisen, entstand der Gedanke beides zu verknüpfen. Eine Auswirkung davon ist der Podcast hier, WorkandTravel20.de. Er steht für Online-Arbeiten, Work20, in Kombination mit dauerhaftem Reisen, Travel. Ebenso wurde mir klar, dass ich endlich damit starten sollte. Nicht mit der Reise, aber mit der Planung dafür. Also dachte ich über meine Voraussetzungen nach und machte mir einen Plan. Wer oder was ist von mir abhängig und wie kann ich diese Abhängigkeiten lösen? Zuerst mal die Familie, also Lebenspartner und Kinder. Meine Frau will mitfahren. Die Kinder werden erwachsen und stehen in absehbarer Zeit auf eigenen Füßen. Das nächste ist die Arbeit bzw. bei mir die Firma. Bei mir ist das kein Problem, aber wie sieht es bei dir aus? Bist du angestellt oder selbstständig? Hast du ein finanzielles Polster, von dem du leben kannst? Oder willst du unterwegs Geld verdienen? Selbst mit einem Pölsterchen ist es gut unterwegs eine Aufgabe zu haben und damit vielleicht auch noch den einen oder anderen Euro zu verdienen. Aber dazu gibt es ja schon einige Folgen hier auf workandrevel20.de Was muss ich vorher abschließen? Oder welche Voraussetzungen müssen in meinem Umfeld gegeben sein? Also loslassen, entrümpeln, alles was ich an materiellen Dingen habe, überdenken und schrumpfen. Überflüssiges Loswerden. Was kommt als nächstes? Bei mir eine kleine Wohnung mit Allradantrieb, also ein Expeditionsmobil. Auch dieses erfordert einige Planung. Es ist ja nicht mein erstes Mobil und soll meinen Wünschen entsprechen. Sowas gibt es natürlich nicht beim weiße Warehändler, sondern muss gebaut werden. Wie möchtest du unterwegs sein? Kennst du Pareto oder die 80-20-Regel? Sie beschreibt unter anderem, dass man mit 20% Aufwand 80% Wirkung erzielen kann. Also zum Beispiel, dass 20% der Kunden eines Unternehmens 80% des Umsatzes generieren. Also zum Beispiel und vor allem Stammkunden. Ebenso ist es meist bei einem Arbeitseinsatz, den man leistet. Viele Aktionen im Leben oder in unserer Arbeitszeit sind für die Katz. Wirklich produktiv sind wir nur in, sagen wir mal, 20% der Zeit. Das Problem ist jetzt, die restlichen 80% loszuwerden. Das schaffen wir durch eine gute Planung. Selbst wenn wir den Plan dann gar nicht zu 100% genau ausführen, haben wir uns doch ausgiebig mit dem Weg zum Ziel beschäftigt. Erfolgreiche machen das immer so. Zuerst den Weg festlegen, der zum Ziel führt und dann visualisieren, wie du dich stetig deinem Ziel näherst. Die Ausführung des Plans geht dann ganz wie von selbst. Weil wir in Gedanken während der Planung schon 100 Mal durchgegangen sind, wie wir diesen Weg beschreiten und das Ziel erreichen. Was macht ein Formel 1 Fahrer vor dem Rennen? Er geht zu Fuß die ganze Rennstrecke ab und visualisiert, wie er die Kurven nimmt, wann er bremsen muss, wie er wieder Gas gibt und wie er durchs Ziel kommt. Aber auch die Planung macht riesigen Spaß. Der erste Teil einer Reise ist ja bereits die Planung. Informationen einholen zu den Ländern, Videos von anderen Reisenden auf YouTube ansehen, Reisebücher lesen. Ist man wie ich mit einem Wohnmobil unterwegs, kommt die Planung des Fahrzeugs auch dazu. Mein Plan sieht so aus, dass natürlich das Wohnmobil zuerst fertig sein muss und dann im nächsten Jahr eine sechswöchige Testreise nach Osten führt. Rumänien, die Hohe Tatra und was uns unterwegs so alles lockt. Dabei sehen wir, was am Fahrzeug noch geändert oder optimiert werden muss. Dann wollen wir anfangen, im Süden zu überwintern. Aber auch mal eine Winterreise in den Hohen Norden machen. Allein die Vorfreude ist schon sehr inspirierend und motiviert mich ungemein. Zielplanung Jetzt zum Jahreswechsel plane ich für mich, in Klausur zu gehen. Ich buche eine Kurzreise ganz alleine und suche dabei die Ruhe, um mich mit meiner Zukunft zu befassen. Dabei werde ich keine alltäglichen Sachen machen, sondern schauen, dass ich den Kopf frei bekomme. Wandern, ausruhen oder ein gutes Buch lesen. Aber vor allem geht es darum, die Gedanken auf die Planung zu richten. Was hatte ich für das vergangene Jahr geplant? Was davon konnte ich verwirklichen? Was will ich im nächsten Jahr erreichen? Was in den folgenden Jahren? Welche Ziele will ich im nächsten Jahr erreichen? Welche Projekte verwirklichen? Wichtig dabei ist, die Ziele klar, konkret und messbar zu setzen. Also nicht sagen, ich will reich sein, sondern ich will am 31.12.2020 einen 1kg Goldbarren besitzen. Das kann man messen, wiegen oder in die Hand nehmen. Nicht, ich will eine Weltreise machen, sondern ich fahre spätestens am 21.12.2023 mit meinem Expeditionsmobil auf Weltreise. Oder ich will ein Buch schreiben. Nein, ich verkaufe ab 1.6.2018 mein Buch mit dem Titel Meine Weltreisevorbereitung. Das sind natürlich jetzt alles Beispiele. Sehr gut, um Ziele zu erreichen, ist dabei ja auch ein Vision Board, wie ich es in Folge 29 erkläre. Da machst du Bilder, Fotos von allem, was du haben möchtest, was du erreichen möchtest, an eine Wand und die kannst du dir dann täglich anschauen. Ein großer Verstärker ist es dabei, sich selbst unter Druck zu setzen. Freunde von mir haben nach dem Entschluss für die Weltreise online ein Wohnmobil in den USA ersteigert. Damit haben sie sich festgelegt und ein halbes Jahr später sind sie dorthin geflogen und haben ihr Mobil bezogen. Jetzt sind sie schon seit zweieinhalb, drei Jahren unterwegs. So, jetzt schlage ich vor, dass du bei dir anfängst oder weitermachst mit deiner Planung. Höre auch die anderen Folgen aus der Kategorie Motivation auf workandtravel20.de an. Das kann man auch gern mehrmals machen. Wenn du sie mehrmals anhörst, bleibt auch mehr hängen. In den Shownotes auf workandtravel20.de schrägstrich 042 zu dieser Folge findest du auch einen kleinen Gratiskurs zur Planung mit Mindmaps und eine Vorlage dafür. Damit kannst du einfach und strukturiert deine Ziele und die Zwischenschritte aufschreiben und ordnen. So, jetzt wünsche ich dir viel Erfolg, schöne Feiertage und natürlich ein gutes neues 2018. Oder wenn du die Folge später hörst, ein gutes neues 19, 20, 21 und so weiter. Vielen Dank für deinen Besuch. Abonniere workandtravel20 auf iTunes oder in deiner Podcast App. Workandtravel20 in einem Wort geschrieben. Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen, sagte schon Goethe. Das ist ein gescheiter Mensch.